Ich schau jetzt immer auf die Kamera, wenn das so dringt. Ich sage, wenn es nicht so dringt. Warnblinker. Warnblinker. Das war Nebelschlusslicht. Nebelschlusslicht. Ich bin schon mit dem Kanal. 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 Amazona Jetzt sind wir heute Abend in den Hafen, in den Wiedachdienst, mir und immer ohne Kongo-Dom. Dann heißt es Salomann und Söhne, du bist an der Leine und dann nächtig am Abend. Ich bin leider kurz. Jetzt wollen wir noch mal ein Opa treffen und so. Sind sie schon da? Keine Ahnung. Ich würde mal den Typ zippen, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht stehen sie woanders dahinten. Licht mit Panoramafenstern. Heute bei dem Wetter, lässt man halt die Scheibe zu und das Dach, passt auf, man hat ja Sicht nach oben. Ja, guten Tag, vielen Dank fürs Kommen, guten Tag. Und wie angekündigt, noch ein weiteres Papi. Der BMW ist 628 CSI von 985. Der hat 184 Pästner, eh mal mit 1,890. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 4. Ich habe sie nicht gesehen, also wenn, dann waren sie in der Menge. Da ist sie noch nicht da. Ist sie wieder in der Menge oder ist sie nicht da? Verbreitungsfreiheit. Wo geht's lang? Da vorne um den Kreisel rum. Wir sind gerade bei einer kleinen Fahrrad. Bei der alten, freien, aktiven Schule. Wir sind bei der alten, freien, aktiven Schule. Ja, bei der alten, freien, aktiven Schule sind wir gerade. Auf dem Weg zur Praxis? Ja, die steht vorne. Ja gut, wir sind bald da. Außerdem ist da noch ein zweiter Trabi gewesen. Ein blauer, ja? Ja, ein blauer. 600er. So hellblau. Und der ist älter als unserer. 20 Jahre älter. 20 Jahre. Und das ist halt der Sohn von denen. Ja, bis gleich. Tschüss. Weil du darfst ja nicht dran gehen. Wo ist Mama? Die ist bald, die wartet bei Mama. Okay. Ja, guck mal. Der guckt oben raus. Der klingt. Jetzt kannst du den Fenster auch wieder runter machen. Da kommt ein bisschen frische Luft rein. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich passe auf das Handy auf, wenn du von jemand anrufen solltest. Genau. Ich bin sein Handyhalter. Ja. Ja. Wenn ich schlafen sollte, weil ich ja das klinge. Das ist übrigens nicht einfach zu leid. Oh, was sind die? Ja. 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 Ja, ja. Hallo Mama. Gut. Wir sind gerade glaube ich nur bei der Hälfte von denen. Ich könnte, wenn ich wollte, aber es lohnt sich nicht finanziell. Weil ich zahle 191 Euro, zahl sie für jeden Oldtimer standardmäßig. Also wenn ich jetzt so einen dicken wie der Opel Diplomato 5,4 Liter Hub brauche, da würde sich das lohnen. Aber der hat nur 500 Kubik. Da lohnt sich das nicht wirklich. Ich könnte da zwar mit einer Stuttgart reinfahren, ja, aber ich kann es nur überlegen. Der Prüfer meinte, der wird sofort bestehen, aber mal gucken. Ja. Auf eine neue Hand kann man wichtig zu tun werden. 500 Kubik media sindouchi. Scheiße. Mhm, wenn ich es tut, ist ja platz. Wie viel flach tut, kommt mir bei dem Krist 수 nichts. Ja, das rร وهi, nein. Es ist nicht so, dass ich meine Körner schreibe, dass ich mich nicht mehr schreibe. Ich kann mich nicht mehr schreibe, dass ich mich nicht mehr schreibe. Schöne 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 Ej, cool Ein blauer VW Das ist kein VW, das ist ein Audionzeug Du meinst den Bus dahin? Ja, der ist cool Ja, der blaue VW Langsam wird es auch immer weniger Regen Stimmt Es wird gleich ein Mini-Tropfen Die sind gerade neben Kann man mal Das ist gerade, wie man sieht Nicht ganz erschreckt, würde ich sagen Ja Ich bin gerade Hallo Ah, danke Kann ich besser auf die Straße gucken Kann ich besser auf die Straße gucken? Ja Hm, nützt die Wie ist Licht an? Wie ist Licht an, ja? Ich bin gerade mal so ein bisschen müde Ja Hast du eine Party gemacht mit Pauli? Pauli, wir haben noch ein bisschen geredet Wir haben noch gut geredet und jetzt reagieren wir vielleicht eigentlich Ja, weil Jodi hat dann dauernd Pax gemacht und die Quatsch Und dann sagten wir, wenn du nicht aufhörst, bist du zu Oma rüber Ja Und dann war sie ruhig Ja, aber das war ja beim ersten Mal Da hat sie danach noch Geschneit Mit Absicht Ja, und dann Und dann haben wir das Team Mal gesagt und dann hat sie endlich aufgehört Und dann hat sie geschlafen Ja Und jetzt wach sie nicht mehr Was ist alles gekommen? Ja 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 Das ist das mit dem Velgo in der episod Vielen Dank Und in diese Pitts Mit dem Video Das ist das mit dem Velcro in dem Video fängig Untertitelung des ZDF, 2020 Da vorne ist der Bahnhof in der Hälfte Ah, die werden uns schon vor das Auto laufen Ja, gestern war das Wetter schöner, ja? Ja, von hinten nach hinten habe ich gar nicht geschätzt. Letztes Jahr haben wir jetzt mal hier im Stau gestammelt. Da waren so viele Autos dabei letztes Jahr, das war echt der Wahnsinn. Auf die schönen Zeit des Jahres Eine Leiter um die Welt Das schon zu wenig wahres Die Sonnzeugen sind zu eng und klein Die Schweres und das Kind gezogen Meine Beine schnappen ein Hat der Trabant normal auch noch zum Radio? Als extra, ja. Kein CD-Radio, nur normales Radio. Bei unserer Herkürze zu sein Doch mal loszu! Dass das auf die Leute hier rein Attacke sein Und was für die Maschinen Doch wir müssen hier die Maschinen Doch wir müssen hier die Maschinen meme Wir müssen hier die Maschinen oder hören Und wenn niemand da oder wir auch das am Herzen Denn der kurs ist erhöht Und aus dem�tern Die und ich nehme sollen Oh, jetzt steht es so doller. Wann ich noch weiter zugesucht? Die Kirche sind verschieden, die Kirche seitdem, die Kirche sind in den Wolken. Das ist ein Wetter, der wir uns noch mal nicht schön Es war für schon die ganze Bude Mein Gebet ist in der See Die große Runde, die Runde Schnell, die Leute, und die Leidrein Die Leidrein, die Leidrein, 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 die Leidrein Das ist auch ein bisschen sehr ruhig es ist okay, es ist okay, es ist nichts Doch warum nicht? Da sind viele Leute hier rein. Man sagt, es sei komplett in den Maschinen. Doch sitzen wir in den Salinen. Hey! Übers den Warten! Bis die Meisterin zu sitzen. Aber warum nicht? Viele Leute sind hier. Man sagt, es sei komplett in den Maschinen. Man sagt, es ist die Meisterin. Man sagt, es ist die Meisterin. Sie ist die Meisterin. Dabei gab es nur ein Mal. Man sagt, es bringt trotzdem viel zu sein bei uns. Man sagt, du bist eine Meisterin. Man sagt, es ist eine Meisterin. Man sagt, es geht nicht zu viel zu sein. Kennst du sie, oder? Ja, ich kenne sie. Cool. So, ich glaube, ich gestalte jetzt die neue Form von Zeug m conquiert. Zeug mitte. Ja, du gehst. Ja, du gehst. Ja, du gehst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es geht um den Fenster zu überwarten. auf dem Menno, das Wetter gibt es mir jetzt wie die Hände ach, guck mal so Oh nice, wenn wir schon roten hören. Aber der ist ja der Pust da falsch gefahren, oder? Ja, ja. Vielleicht fahren die nach Hause, weil es regnet. Wir schauen auf der Kampen. wir gucken wie die Mama ist hier ist der Bahn noch hier ist dann die Mama die Mamy die Mamy die Mamy die Mamy die Mamy die Mamy den die Mama oh guck mal da ist mama hallo ihr süßchen, scheiß Wetter doch da gehen wir dann zu Burgstark, bei Burgstark im Zelt da ist nicht so nass